Hallo Boah Brudi, das macht meinen Bruder schon ständig Du kannst damit jetzt nicht auch anfangen, Schicka Was ist denn los mit dir? Was stimmt denn nicht mit dir? Bumm 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 Darf ich den behalten? Ähm, er nicht Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde Hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts Mit diesen komischen Ottos im Hintergrund Die eben, äh, warte, ich zeige euch die zuerst Bevor ich mich selber vorstelle, weil ich ja so Es sind ja mehrere Leute, das muss man ja eben mal kurz hier Der Übersicht, äh, halber, ne Da haben wir einmal den lieben Schicka dabei, hallo Schicka Ja, jetzt musst du schon reden Ja, hi, hi Dann haben wir Luisa dabei, hallo Luisa Hallo Dann haben wir die EU dabei Hallo Dann haben wir Lulu dabei Hallo Dann haben wir Janina dabei Hallo Und wir haben Anni dabei Hallo Ja, und, äh, was haben all diese Konsorten gemeinsam? Gesteckt Ja, das auch Aber Das sind alles, Leute, vom, ähm, FB3-Orga-Team Was nicht für Orgasmus-Team steht Das muss man an dieser Stelle nochmal kurz dazu sagen Sondern für Organisationsteam Genau, falls irgendwelche Fragen aufkommen sollten und so, ne Dann ist das schonmal geklärt Und, äh, ja, ist natürlich nicht das ganze Organisationsteam Das sei an dieser Stelle nochmal erwähnt Sondern nur die Leute, die jetzt gerade spontan Zeit hatten Und wir haben uns die heutige Folge mal vorgenommen Ein bisschen über das FB3-Treffen zu quatschen Weil das war ja jetzt auch schon für uns Und, ja, natürlich ein paar Eindrücke teilen Auch für die, die vielleicht nicht dabei waren Und vielleicht ist es auch für euch nochmal ganz spannend Das Ganze aus unserer Perspektive zu erfahren Weil wir halt auch noch die ganzen Hintergrundinformationen haben Genau Leute, habt ihr Bock? Nein, Laura Ich rieche diesen Enthusiasmus bis hier Oder war das TK? Ich weiß es nicht Ähm, ja, Leute, dann würde ich Ich, äh, ich würde sagen Gerade ganz kurz zur heutigen Bauaufgabe Wir haben uns nämlich vorgenommen Heute im verbotenen Wald ein bisschen zu arbeiten Weil das eine sehr entspannte und chillige Aufgabe ist Wo wir dann mehr auf das Thema eingehen können Und zwar wollen wir Strukturen bauen Ich glaube, ein paar von uns wollten so einen Tümpel anfangen zu bauen, ne? Ja Wer möchte denn da mit mir dran arbeiten? Ich, ich Okay, Anni meldet sich Lulu meldet sich auch Ich melde mich Okay, und EO meldet sich auch Okay, ähm Und die anderen machen dann andere Ideen Und die gucken wir uns dann gleich an Passt das? Ja Okay, ich bin so gespannt Ich habe vor allem Angst, was Chica umsetzt Nichts gegen dich, Chica, ne? Ich habe volles Vertrauen in dich Ähm, okay Ja, dann Leute, let's go Und ich beginne mal mit der allerersten Frage in die Runde Und zwar die oberflächlichste und einleuchtendste und naheliegendste Frage Wie hat euch das FB3-Kinotreffen gefallen? Super gut War mega Ja, war toll Okay, das überrascht mich jetzt so gar nicht, dass ihr das sagt Aber ich muss euch dazu stimmen Ich habe es auch sehr, sehr geliebt Es war wunderwundervoll Vor allem, es hat mich sehr überrascht Dass wirklich so eigentlich gar nichts angebrannt ist Also klar, es gab ein paar Umstände, die passiert sind Die man so nicht vorhersehen konnte Aber im Großen und Ganzen hatten wir ja wirklich Es ist wirklich alles glatt abgelaufen So wie man es sich eigentlich immer wünschen würde, oder? Ja, so ein junger Also drei Leute, die umgekippt sind Sind vielleicht nicht so erwünschenswert Aber ansonsten war es ganz cool Ja, dazu muss man Also Chica, willst du das ausführen? Nicht, dass die Leute denken, dass wir jetzt da eine Schlägerei angefangen haben oder so Ich war selbst nicht dabei Ich habe es nur im Nachhinein gehört Es war halt wahrscheinlich ein bisschen laut, voll und so Und das haben, ich weiß nicht, zwei oder drei Leute nicht so ganz Genau Nicht so ganz gut vertragen Beziehungsweise auch einfach diese Freude dabei zu sein Also es war einmal, glaube ich, auch ein glückliches Umkippen Und einmal ein stressiges Umkippen Ja, man muss ja auch sagen, in der DR gibt es ja auch ein paar Leute Oder mehrere Leute, sag ich mal Die da so auch ihre Interaktionsprobleme haben Und ich glaube, das drückt dann wahrscheinlich auch bei vielen so ein bisschen Und ich glaube, das war auch bei einer Person der Fall Aber zum Glück nichts Ernsthaftes Also da kam jetzt nicht irgendwie der Krankenwagen oder so Ich glaube, die erste Person, da gab es einmal den Fall Da hat der Film gerade angefangen Ja, genau Und dann ist eine Person hatte da Ist ja zusammengebrochen, glaube ich Da hat eine Person dann halt gerufen Yo, mach das Licht wieder an Und dann mussten wir im Kino halt das Licht wieder so ein bisschen anschalten Aber das hat sich ja schnell geregnet Genau, genau Das war ja im Nu wieder stabil, deswegen Ja, zum Glück Also ich hatte da echt kurz Also als ich das zum ersten Mal gehört habe Habe ich mir da echt wirklich heftig Sorgen gemacht So von wegen, dass da jetzt was richtig Schlimmes passiert ist Ach Daniel, ich bin doch Sanitöter Sanitöter! Sanitöter! Das hätten wir schon alles gekriegt Ja, ja denke ich auch Also, aber ansonsten Jetzt mal abgesehen von diesen Situationen Finde ich war es dann doch relativ glatt alles so Erstaunlich glatt Ich hätte ehrlich gesagt mit dem ein oder anderen Mit der ein oder anderen Komplikationen gerechnet Die man so nicht einzuhalten kann Nein, also am Anfang war halt die Komplikation Dass wir dann doch die Ticketvergabe machen mussten Dass wir das bei der Kasse sitzen mussten Stimmt Das war halt nicht so ganz eingeplant Bevor wir Sorry Nee, sag du zu Ende Ja, ich musste mich dann in die Kasse setzen Das war sehr stressig Ah, das glaube ich, ja Ja, ich muss nochmal kurz dazu sagen Aber ich bin, dass du das super gemacht hast Ja, das auf jeden Fall Aber ich muss dazu sagen Was nochmal gerade ganz wichtig ist Die liebe Anni, die hier gerade dabei ist Die war Teil vom Orga-Team Allerdings nicht Teil vom FP3-Treffen Aus sehr blöden Gründen Anni, magst du das nur kurz erklären? Oder beziehungsweise willst du überhaupt drauf eingehen? Ja, also Es war ganz toll Ich habe am Mittwoch vor dem Treffen Einen positiven Corona-Test gehabt Und ja Darauf hätte ich sehr gut verzichten können Ja, es war echt schade Weil so konnte Anni jetzt nicht dabei sein Wo wir das Treffen hatten Und wo sie das Ganze mit organisiert hat Und ja, das war natürlich sehr schade Aber Ja Dafür war Anni noch per FaceTime dabei Kurz, also danach Janina hat mich angerufen Während sie die Tickets verteilt hat Und dann konnte ich noch ein cooles Video sehen Was auf der Leinwand gezeigt wird Und ich habe ganz kurz Jan gesehen, wie er moderiert hat Das war wirklich schön, dass ich dann kurz dabei sein konnte Ich fand vor allem bei der Moderation mega cool Also zum Verständnis Jan und Marie haben dann moderiert Also Marie hat Anni quasi ersetzt Wenn ich das War richtig, ne? Ja, war richtig Und ich finde das so gut, wie die das gemacht haben So sich die ganze Zeit selber aufs Korn zu nehmen und so Das hatte echt was Ich habe es echt genossen Was war euer Lieblings Oder was hat euch am allerbesten gefallen am Treffen? Ist das Schweigen jetzt, weil es so wenig gab Oder weil es so viel gab? Nein, weil ich überlegen muss Aber ich glaube, bei mir ist sogar noch das davor gewesen Also die Vorbereitungszeit, bevor dann alle da waren Also sozusagen die Leute zu sehen Und auch noch genießen zu können Bis es dann begonnen hat Weil in dem Moment, wo es begonnen hat Bin ich eigentlich nur noch hinten beim Laptop gesessen Hin und wieder halt rausgerannt Wenn ich zum Beispiel mit dem Kino irgendwas bereden musste Aber eigentlich die meiste Zeit nur noch hinten gesessen Ich habe, das fand ich halt ein bisschen blöd Weil ich habe halt niemanden getroffen Ich wusste halt, dass so vier Freunde von mir kommen Aber die habe ich nicht gesehen Ich habe dann irgendwie beim Quiz gelesen, dass Barker da war Habe ich nicht gesehen Ich habe im Nachhinein erst erfahren, dass Panda da war Habe ich auch nicht gesehen Und die ganze Zeit die einzige Person, die ich gesehen habe Die ich kannte, war dann irgendwie Ruby Und das auch, weil sie drei Plätze vor mir saß Und sich irgendwann halt netterweise zu mir umgedreht hat Schicka, magst du zum Verständnis einmal kurz erklären Was deine Aufgabe beim Treffen war? Die PowerPoint, die gezeigt wurde Genauso wie die Videos, die auch in der PowerPoint und so drinnen waren Zeigen, weiter klicken Spontan hin und her springen Da es doch irgendwie so war Hey, wir überspringen jetzt das, gehen da rüber Wir überspringen jetzt das, gehen da rüber Also da halt einfach die Am Laptop sitzen und die PowerPoint auf die Wand projizieren Und die Kommunikation mit dem Kino Das heißt, wenn irgendwas gewesen wäre War ich der, der die angerufen hat Beziehungsweise auch umgekehrt Wenn was von ihnen gewesen wäre Haben sie mich angerufen Und ich habe halt auch Zum Beispiel um halb bin ich dann rausgegangen Weil es hieß ja, dass wir um halb vier zumachen Also dass dann keiner mehr reinkommt Und um halb bin ich dann kurz mal rausgegangen Und habe dem Kino gesagt So, jetzt soll keiner mehr reingelassen werden Und auch, ich glaube Olivia, du bist dann draußen noch gestanden Dir habe ich dann auch gesagt So, kannst jetzt reinkommen Jetzt sollte niemand mehr herkommen Und falls doch, Pech Ich kretsch mal gerade ganz kurz rein Zu der Bauaufgabe selber Wollen wir vielleicht einen Baum bauen Der hier an der Seite umgekippt ist Und über den See hängt Dass man da drüber laufen kann Ja So ein umgestürzter Baum Über den man laufen kann Das finde ich ist eine coole Idee Oder? Dann kann man das sogar machen, Daniel Dann würde ich hier theoretisch noch so ein kleines Loch reinmachen Wo die Wurzeln vorher drin waren quasi Dann Dann bräuchten wir vielleicht schon Wasser Hattest du vielleicht noch mal ein Eimer? Ja, ich gebe dir den mal wieder Also ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch viel mehr Wasser Eimer Ja, das auf jeden Fall Wobei ich kann meinen Zauberstab rausholen Und da rein Also Aguamenti machen Was habt ihr denn gedacht? Ja, ja, genau Oh man, ich werde wieder zu gut gekannt Ja, danke dir Sehr lieb von dir Richtig Ja, aber ich muss Also ich muss ganz ehrlich sagen Ich war Also die ganze Vorbereitungszeit mit euch im Team Das war wirklich mega cool Also ich hatte schon bei meiner Rede gesagt Klar, es gab hin und wieder mal so Situationen Wo man so ein bisschen Aneinander geraten ist Oder beziehungsweise Wo es Unstimmigkeiten gab Aber ich glaube Das ist auch bei einer Runde Die so groß ist wie wir Wir waren ja jetzt knapp 20 Leute, glaube ich Ja Nichts Ungewöhnliches Und jeder hat ja irgendwo seine Vorstellungen Und seine Ideen Wie er sich was wünschen würde Aber Im Endeffekt sind wir DA-Mitglieder Die für andere DA-Mitglieder So ein riesen Man muss ja sagen Riesen-Event auf die Beine gestellt haben Und Ich kann es immer noch nicht fassen Und Ich muss auch Schika zustimmen In dem Punkt Dass mir tatsächlich Auch die Vorbereitungszeit Echt extrem gut gefallen hat Ich würde jetzt nicht direkt sagen Am besten Das wüsste ich jetzt nicht so genau Ob mir die am besten gefallen hat Aber Es war unglaublich cool So einer der ersten Personen In diesem Kinosaal zu sein Und eben all das Was wir da so organisiert haben Dann noch Ja Eben mitzuerleben Das war echt bombastisch Alleine so dieser erste Blick Wenn man in den Kinosaal reingekommen ist Als der komplett leer war So Und dann zu wissen Okay krass In keine Ahnung In zwei Stunden ist dieser Saal Einfach komplett voll mit DA-Leuten Wir müssen in zwei Stunden Schaffen alles vorzubereiten Ja Aber wir waren ein bisschen Zeitlich ungünstig am Anfang Oder Also wir hatten ein bisschen Struggle Oder Meine ich Wir haben erst sehr lange rumgestanden Und nichts gemacht Weil wir auf irgendwas gewartet haben Wo ich gerade gar nicht mehr weiß Worauf wir gewartet haben Ähm Ich glaube auf die Klamotten Die wollten Also wir hatten eigene Klamotten Und die Also Marie weiß ich Wollte unbedingt die Klamotten verteilen Und ich glaube da Ja da kam immer was dazwischen Und dann hat sich das verzögert Und dann hat sich das wieder verzögert Und Ja Und dann hatten wir hinten raus Stress Ja und wir hatten uns als Team Bei Vapiano halt noch vorher was bestellt Weil wir dachten so Yo Wir bereiten da alles vor Und dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit Um noch kurz was zu essen Weil ich hatte auch ehrlich gesagt Gar nichts davor gegessen Weil ich mich da halt drauf verlassen habe Yes Und äh Ja dann haben wir uns glaube ich Fünf Minuten bevor die Leute Das Kino gestürmt haben Äh so eine Wie hieß das? Pizza 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 So was wie eine Pizza Pizza So eine kleine Pizza quasi Ich hab die halb so runtergeschlungen Aber Ja Ich hab das wenigstens was gekriegt Also wir waren zur Halbache Janina und ich Wir haben sie uns dann irgendwann vorgeholt Und immer wenn gerade eine kurze Pause war Mal abgebissen Ja Ich glaub ich hab auch ein Frissen Davorn gegessen Ich hab's bei Zu Bauaufgabe ständig Daniel wo kann ich noch Wasser her Und soll ich das aus dem Meer holen Oder wie stellst du dir das jetzt vor? Ähm Ja kannst du gerne aus dem Ich hab diese Erfindung Die sich unendliche Wasserquelle nennt Wie geht das? Ups Soll ich Tutorial machen? Ja einmal Tutorial mit EO Das war Tutorial mit EO Also du musst hier Schafel nehmen Und dann musst du hier eins, zwei, drei Warte nein Nicht so schnell, nicht so schnell EO Du machst das viel Also man macht das okay Und ja Also man macht jetzt vier, vier Löcher graben Okay, ja Kannst du doch Ähm, ja ich mach mal, ja Ich glaube ich Richtig Das hat Carmen dir in Dagi von SDA gezeigt Ja Und jetzt musst du dir von Anni Eimer geben lassen Das ist nicht Anni Darf ich den trotzdem nehmen? Ja, kannst du auch haben Okay, okay Und dann musst du in eine Ecke Und in eine Ecke Hey mach das doch Mann Ich musste das lernen Anni Entschuldigung, ich puste Ja danke Und jetzt noch einmal Hier hast du einen Eimer Achso, du hast schon Ja, äh, wo tu ich denn hin? Hier Gegenüber Hallo Ich bin stolz Ja Carmen, hast du es gesehen? Carmen Achso, die hört mich nicht Stimmt Okay, ja Aber jetzt haben wir zumindest Aber Kann ich meinen Eimer wieder haben? Achso, ja klar Warte Äh, hier Wollen wir das nicht lieber so machen Diesen einen Trick Mit dem, äh, oben eine Schicht setzen Und da das Wasser drauf Und dann die Schicht abbauen Ja, das ist schlauer Bin zu doof dafür Habe ich, habe ich gerade was Schlaues beigetragen Zu dieser Folge Ja, hast du Du kannst eh viel besser Minecraft Äh, das würde ich nicht sagen Ist der Baum nicht ein bisschen breit? Ich hätte ihn jetzt noch eins höher gemacht Und dann Oh, man könnte so einen Wasserfall vom Baum runter machen Ich würde, glaube ich, einen Baum lieber Also ich fände es cooler, wenn er nur zwei Steine breit wäre Weil das würde sich dann eher an den großen Bäumen hier orientieren Daniel, was hältst du von so einem Wasserfall vom Baum runter? Äh Also jetzt, der sieht doof aus, aber so ein bisschen anders Schön fände ich es aber, was für einen biologischen Hintergrund hat das Keine Ahnung, Ästhetik? Ästhetik ist Biolog? Keine Ahnung Also ich weiß, wo kommt denn das Wasser her? Das ist halt die Frage Ihr sagt nicht Magie Es ist der verbotene Wald, der ist magisch Ah, jetzt kommen die Mail mit Magie Okay, okay Ja, das ist das Argument für alles Äh, ja, ihr könnt Probiert einfach mal Wir schauen einfach mal, wie es an mir aussieht Ähm Habt ihr denn Kann ich Baufgaben mäßig, kann ich die Wand einfach noch ein bisschen weiter nach hinten setzen oder ist das eher so Stream und nein, ich soll eher Boden setzen oder sowas? Ähm, du kannst machen theoretisch was du willst, theoretisch wäre eine Struktur interessanter, aber du kannst, wenn du möchtest, auch einfach die Wand bauen, wenn du das lieber machen möchtest Ja, ich und Struktur, das wollt ihr nicht von daher, ich mach die Wand weiter Äh, ich und Horrors bauen, das möchte eigentlich auch keiner und trotzdem meint das seit acht Jahren, also Aber, Schicka, du hast sehr viel Struktur in die Planung mit reingebracht und das war jetzt ein cooler Übergang zum Treffen Mega Ja, aber nicht Du solltest YouTuberin werden Ey, voll, weil da wollte ich eigentlich noch was sagen und zwar, ich glaube, es gibt doch etwas, was ich cooler fand, als, äh Jetzt muss ich nur ganz kurz reingrätschen, sorry, sorry, Schicka, merkt ihr das, merkt ihr das, merkt ihr das? Ähm, wir, sicher, das ist, das ist eine Eiche, die hier umgekippt ist, ne? Soll ich das aufgefallen? Ach so, du willst ein Fichte Also, weiß ich nicht, ähm, wird, äh, also manche Leute haben mir in die Kommentare geschrieben, yo, Daniel, das muss ein Mischweil Werden nur Fischkopf Ja, dann ist es doch richtig Ja Okay, ja, okay, okay, äh, okay, Schicka, du bist dran Ja, ähm, äh, eine Sache, die mir auch noch sehr gefallen hat, war, die, die, äh, die veränderten, also die editierten Bilder von D und Ron Ja, aber ja Oder von D und Dumbledore Ja, die waren, die waren, die waren beabsichtigt eingefügt worden, also ich saß ja halt auch mit den anderen an der Powerpoint Also eigentlich quasi, die wurde halt auf meinem PC erstellt Und da kam dann halt die Idee so von, ich glaub, war das Maries Idee oder, nee, war das deine Idee, Schicka? Irgendjemand hatte die Idee so, hey, einfach mal, ähm, deine Ron klutschen Und sagen wir jetzt einfach der Ron auf deinem Rücken, das ist verschmetter Lippenstolz, das passt ja dann Nein, das ist Blut, ich hab dem ne Kopfnuss gegeben Leute, das ist Ron mit Blut im Gesicht, sieht man doch, eindeutig Ja, das denkst du, geht aus wie ne Blume Aber was ich auch noch festhalten muss, was ich mega cool fand, ich wurde auch vom Orga-Team überrascht, Leute Ja, tatsächlich Ähm, ich wusste nichts von dem jungen Nude-Darsteller auf der Leinwand Ah, das war cool Ja Das war toll Also da wusste ich wirklich gar nichts von, da hat mich das Orga-Team komplett im Unklang gelassen Ich weiß nicht, ob als Überraschung oder weil ich den Mund nicht halten kann, vielleicht beides Wahrscheinlich beides Wahrscheinlich beides Aber das war echt, also für alle, die nicht dabei waren, sei nochmal kurz erwähnt Also Nude Scamander wurde in Fantastic Beasts 2 von einem jüngeren Schauspieler verkörpert In der einen Rückblick-Szene Und dieser Schauspieler hat extra eine Szene für das FP3-Treffen aufgenommen Wo er halt so ein bisschen über seine Rolle gesprochen hat Und auch über das DR-Treffen ganz kurz, das angerissen hat Und das wurde halt auf der Leinwand gezeigt, das war echt der Wahnsinn Ich habe ein Props raus an Livia, die hat sich da größtenteils drum gekümmert Ah mega Das ist echt mega cool gewesen, also, wow Ich habe, ich, ich war, ich saß da so mit offenem Mund und dachte so, hä, wie geht das denn, wie haben die das denn geschafft Das war ja, wow Weißt du, dass Jerome dir auch noch sowas geschickt hat, oder? Äh, ja, mit Jacob, ne? Ben Fogler Genau Ja Und so ähnlich Einfach magic Ich finde das mega cool, ja Und so ähnlich haben wir das auch gelübungen voll Ich bin ein bisschen inkompetent, was Wasser angeht Ähm Was? Ich wollte gerade noch Ranken holen, weil ich das voll geil fände, wenn von der Brücke so Ranken runtergehen würden Oh, das ist krass, ja Ja, krass Ich glaube, das sieht am Ende richtig geil aus, was wir da machen Du könntest da auch noch Pilze setzen Dann ist er nämlich verschimmelt So ein... Ach ja, diese Baumpilze meinst du, ne? Ja, genau Oh, ich hab Seerosenblätter gefunden Ich baue noch welche im Info, aber wir sollten erstmal das Wasser setzen Ja Wenn du mir noch einen Eimer gibst, dann kann ich helfen Ja, hier bitte, warte Hier hast du Eimer Hier hast du Eimer Ani Hast du Eimer kannst du füllen Ähm... Ach so, dass es hier in die Mitte geht Ich vermisse ehrlich gesagt Ranken und ich vermisse ehrlich gesagt, äh... Baumpilze Ich geh mal zu Robcobble Ich flieg mal zu Robcobble, meinte ich Viel Spaß Nein, jetzt... Geh doch zu Fuß Also gehen kannst du? Nee, sorry, nach dem Wochenende kann ich nicht mehr gehen, ey An alle, die nicht dabei waren Ich durfte die Stark-Szene nachspielen Freundlicherweise wurde ich von jemandem aus dem Publikum gefragt Jo, Daniel Du hast den Film noch nicht gesehen, ne? Ja, Ani hat auch seinen Trailer gesehen Hast du den Trailer gesehen, Ani? Im Trailer war es doch gar nicht drin Doch, das war ein Trailer drin Echt? Ja Ich hab mir die Trailer im Nachhinein angeschaut Weil ich schaue sie mir ja auch nicht an Weil das eindeutig Spoiler ist Keine Diskussion Und, äh... Ja, es ist drinnen Deshalb noch glücklicher, dass ich die Trailer nicht gesehen habe Ich finde, die sind so spoilerhaft Ja, also diese, ähm... Stark-Szene, die... Da hat jemand aus der Zuschauermenge so meinte so Yo, Daniel, mach doch mal die Szene nach Und ich hab mir wirklich in dem Moment gedacht Oh, ne Einfach nur, oh, ne Man hat's gemerkt Ja, aber, äh... Aber ich fand's trotzdem sehr cool und glücklich, dass du's gemacht hast Weil ich weiß nicht, ob ich's gemacht hätte Und dass du da diese, diese Zuschauerliebe hast Dass du's einfach machst Fand ich sehr cool Ich denk mir halt immer so Ich denk mir halt immer so Ich verdanke diesen Menschen alles Und, ähm... Ich hab zweimal, einmal oder zweimal im Jahr diese Situation Wo ich einfach meine Kontrollzone so zu 100% verlassen muss Aber dann mach ich's auch komplett oder gar nicht so Also, dann... So wie, ne Vorhin zum Beispiel, als ich, äh... Hier das Orga-Team gefragt habe Ob sie mit mir eine Together-Folge aufnehmen wollen Äh... Haben sie mich gefragt, so Ja, hier Du willst eine Together-Folge aufnehmen oder so? Irgendwie in die Richtung auf jeden Fall Und dann hab ich halt gesagt Ja, ich nehm vorher noch ne Folge mit dem Ravenclaw-Team auf Und das ist ein Abwasch So, das ist ungefähr auch das Ding, was ich da habe Äh, es ist einmal, zweimal im Jahr Und wenn, dann geh ich halt aufs Ganze so Einfach Spoiler! Du hast gerade gespoilert, Daniel! Daniel, warum mit dem Ravenclaw-Team? Wir haben keine Ahnung Äh, ich hab mit den Verlierern ne Folge aufgenommen Ach, mit den Verlierern? Also, nur ganz kurz an mein Haus Weil die Folge wird ja da schon draußen sein Glückwunsch und ich hab euch lieb Und ihr habt es super gemacht Ich hab verloren Letzter Ich hab richtig verkackt einfach Ja So viel zu Thema, Daniel Ich kann sein Mund nicht halten Ich hab voll vergessen, dass Oh, man, es sind so viele Baute Ach, Daniel Ja, ich bin lost Einmal mit Profis arbeiten Ja, lost, aber lustig Profis gibt es hier nicht So, ich mach mal hier ein paar Das Wasser sieht aber wild aus Für ein... Ja, soll's halt auch nicht Du kannst da, glaub ich, einfach Blöcke hinsetzen Ja, ja, ich bin schon dabei Achso, sorry Wollt ihr nicht reingrätschen? Alles gut So Leute, wir müssen gerade mal ganz kurz Drei, zwei, eins Zeitumkehrer Ahoi Ahoi Ja, das üben wir nochmal Boah, schicker, ey Deine Reaktionsfähigkeit Ja, hoffentlich läuft dir nie ein Reh vor's Auto, ey Das arme Reh Ähm, ich würde gerne noch mal anmerken Also Dieses Logo, was Was da überall auf den Klamotten war Und das auch auf der Powerpoint quasi Vereweigt, oder wie man es nennt, sagen kann Das wurde von dem lieben Knoxy erstellt Der hat das echt cool umgesetzt Und ja, das sollte eigentlich nochmal erwähnt werden Weil Das ist halt schon, sag ich jetzt mal, so ein Zeichen gewesen Woran man halt auch das Helferthema kennt Erkennungszeichen Genau Gab es irgendwas, was ihr nicht so cool fandet? Was sich im Nachhinein irgendwie vielleicht als nicht so gute Entscheidung herausgestellt hat Oder irgendwas, was ihr euch vielleicht beim nächsten Mal irgendwie anders wünschen würdet Oder irgendwas, was in diese Richtung geht Von uns oder dem Kino? Also ich glaube, dass Daniel das nächste Mal nicht dabei ist Danke schön, ich habe euch auch lieb Na, ich würde sagen, vielleicht, also Dass vielleicht das Team an sich etwas kleiner ist Weil, ähm Also klar, es kommt halt manchmal zu Umständlichkeiten Aber das Problem ist halt, wenn 20 Leute diskutieren Ziehen sich sehr viele Entscheidungen deutlich in die Länge Oh ja Das stimmt, ja Oh ja Also Marie hatte auch schon die Idee rausgedroppt Liebe Grüße an Marie an der Stelle Dass das Team das nächste Mal halt ein bisschen kleiner wird Dass es einmal dann ein Organisationsteam gibt Und dann ein Praxisteam, wie hat sie es genannt? Also ein Vor-Ort-Team Genau, also ein Team, was quasi so die ganzen, ähm Ja, praktischen Aufgaben dann mit übernimmt Aber dass die Planung dann von weniger Leuten, ähm Ja, übernommen wird Ist, glaube ich, auf jeden Fall produktiver im Endeffekt Ja Aber, ja Also ich bin so gespannt auf das nächste Treffen Also ich hoffe ja wirklich sehr, dass FB4 kommt Ich bin aber auch relativ überzeugt davon Und, ähm Ja, da müssen wir uns halt wieder steigern, Leute, ne? Das ist euch schon klar Ich werde auch gerne wieder dabei Also nächstes Jahr wird es auf jeden Fall eine Stunde länger dauern müssen Weil wir haben zehn Spiele geplant und eins geschafft Von daher Stimmt Echt? Haben wir nur eins geschafft? Ja, ein Quiz Wir haben da sehr viel Zeit investiert in die Fragen Oha Ja, ja, wir haben da wirklich, ich glaube locker drei Stunden dran gesessen An einem Abend quasi Und dann halt, war ja nicht nur der eine Abend Naja, dann ist das Vorteil Dann haben wir uns immer vorgeplant Sowieso Für nächstes Jahr müssen wir nichts machen Ich habe gar nicht mitbekommen, dass wir nur so wenig geschafft haben an Spielen Also ich habe ehrlich gesagt gar nicht gerafft, dass ich ja kaum was mitbekomme von dem Programm selber, weil ich ja die ganze Zeit Fotos gemacht habe Weil ich habe mir absichtlich die Community Beiträge nicht angeschaut Weil ich dachte so, yo, ich will die im Kino sehen Und habe dann halt vieles davon verpasst Aber zum Glück LBH 1000 nicht Das hat mich auch mega gefreut Da haben wir eh geschaut, dass das am Ende kommt Eben genau Dass alle schon sitzen Dass keiner mehr Fotos macht Dass jeder am Klo war Ja Und so weiter Und an dieser Stelle auch nochmal liebe Grüße an Elbenwald und an Evolve Die uns da supportet haben Und die uns gesponsert haben Mit Geschenken für alle Teilnehmer Es gab einen Salzstreuer Einen Saltinghead Das ist so ein geiles Wortspiel Könnte von Anni kommen Könnte von Anni kommen Dankeschön Ist das jetzt mein Markenzeichen oder was? Ja, so in etwa, ja Und, ähm, genau Und die Wolf hat nochmal so Tragetaschen angepackt Wo jeder eine bekommen hat Und, ähm, dann gab es noch magische Schokolade Von den Felszwillingen Damals aber irgendwie auch nicht Ich weiß nicht, irgendwas Also es war irgendwie mal mit den Felszwillingen in Verbindung Und das ist echt mega cool gewesen Dass die Leute Also ich muss ganz ehrlich sagen Beim Preis-Leistungs-Verhältnis können wir uns null schämen Also das war wirklich ohnegleichen Die Leute hätten ja theoretisch in Elbenwald Für die Geschenke fast genauso viel bezahlt Also, wir könnten ja mal zusammenrechnen Dieser Salzstreuer kostet 10 Euro So eine Tragetasche kostet 10 Euro Äh, die Schokoladentafel kostet 3 Euro Da sind wir schon bei 23 Euro Da ist der Film noch nicht dabei Da ist noch gar nichts dabei Das ist, also, ne Ja Also ich finde, da können wir auf jeden Fall uns auf die Schulter klopfen Dass das gut war Also insgesamt finde ich cool Also fand ich halt auch cool Weil letztes Mal gab es ja diese coolen Bücher Von, ich glaube, Newt's Gemänder Dieses Taschenbuch Genau, ja Und das war halt auch schon echt cool Das stimmt, ja Aber, wir haben unser Versprechen eingehalten Das FB1-Treffen war das kleinste Das FB2-Treffen war etwas größer Und das FB3-Treffen war das größte Jetzt, äh, ne Wir haben uns immer weiter gesteigert Das finde ich echt nice Was machen wir nächstes Mal 600, 600 oder 700 Leute? Äh, ja, das Schöne ist, ja Wir müssen jetzt nicht mehr 50 Leute kriegen Vom aktuellen Kino-Unternehmen Na, es gibt doch in irgendeiner Stadt Diesen Kinosat, da gehen, glaube ich, 1.000 Leute oder was Ja, das ist dann, äh, das ist dann, äh, für FB5 Aber da wird, da wird Marie dann nicht mitplanen Weil sie hat schon gesagt, das möchte sie Äh, da war in Düsseldorf, glaube ich Und in Düsseldorf möchte Marie nicht mitplanen Hm, ekelhaft Ich bin gebürtiger Düsseldorf, diese komische Stadt All die Leute, die da haben Ich bin gebürtiger Düsseldorf Wa-la-la-la-la-la-la-la-la Wissen wir, darum sag ich's ja Aber, ähm, ja, wir könnten theoretisch auch fürs FB4-Treffen das gleiche Kino nehmen Weil der Saal hätte ja noch gefasst Und ich hoffe mal, dass es dann mit Corona Also bis zu 600 Leuten, ja, ansonsten nein Und ja Ja, aber Das fließt immer noch Fließt das noch Und was ich mir auch noch voll gut vorstellen könnte Wenn irgendwann mal FB, äh, also FBs vorbei sein sollte Oder beziehungsweise, ne, wenn, wenn Ne, ich will den Teufel nicht an die Wand malen Wenn's, wenn der fünfte Teil vorbei ist Dann, ähm, ja, dann könnten wir vielleicht auch noch solche Events weiterführen Indem wir die Harry Potter Filme vielleicht so ein Also Harry Potter Marathon wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben Aber generell, oder Wenn wirklich ne Serie kommen sollte Dass man vielleicht so die letzten drei Folgen einer Serie zusammenschaut Oder irgendwie sowas in die Richtung Ich finde, das muss auf jeden Fall irgendwie so ein Ritual bleiben Fände ich sehr cool Vor allem war das ja mit der Jedes Mal einen Film zeigen Also, dann hättest du quasi noch acht Treffen Ja Wenn du immer jeweils einen Film zeigst Oh, ich bin wieder am Umbaggen-Moment Muss mal rejoinen Ähm, ja, genau Also, da wird sich bestimmt noch einiges machen lassen Und ich denke auch, wie gesagt Bei der Wizarding World wird noch viel Content kommen Also, ich denke mal nicht, dass es da nach Fantastic Beasts, äh, aufhört Leute, wir müssen langsam zum Ende kommen Ich würd mal eben auf das Gebaute eingehen Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's wunderschön Schau euch das mal eben an Was sagt ihr? Ich hab's rinke gerade Wo? Leider abgebaut, wenn ja, sehr gut los Ich weiß ja, die Welt abgehört Wo seid ihr überhaupt? Äh, soll ich mal Bautippe? Ich mach mal Bautippe Ja, mach mal Nein, 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 nein Nein, einen Moment, einen Moment Okay, okay, drei Zwei 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 Vier Acht Vierundreißig Neunundsechzig Einunddreißig Fünf Jetzt Okay Oh, war zu viel LSD, LSD Schaut mal Nein, ich muss noch die Steinzehnte abbauen Es sieht ein bisschen lebensbejahend aus Aber wenn man das hier ein bisschen dichter baut So im Umkreis hier ist noch relativ Licht alles Das wird noch dichter gebaut Aber wenn es dann so richtig eingefärscht ist von Bäumen Dann könnte das richtig geil aussehen Also es sieht jetzt schon geil aus Aber halt noch ein bisschen, finde ich, zu schön Kann man das vorne und hinten vielleicht ein bisschen dicker machen, weil Bäume werden ja meistens ein bisschen dicker oben und unten, beziehungsweise oben sind es halt die Äste Ja, ich habe das versucht hier so ein bisschen anzudeuten Indem das Wurzelwerk halt breiter ist als zwei Blöcke Aber ich weiß, was du meinst Ja, vielleicht könnte man das noch irgendwie Ich habe jetzt selber Doch, ich habe noch Holz Er muss doch nicht jetzt dann Ja, vor allem ich setze auch noch ein Fichtenholz Äh, ja Okay Ne, Leute, also ich finde es sehr schön Was sagt ihr? Ja, ich bin auch schön Okay Ja, äh, Shika, geh mal bitte aus dem Bild Ich will das Bild schön haben Geh mal weg Ja, mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut Und jetzt die Frage an die Zuschauer da draußen Findet ihr das auch schön? Und wart ihr beim FB3-Treffen? Wenn ja, wie fandet ihr es? Gerne auch mit Kritik Wir sind sehr, äh, also wir wünschen uns sehr gerne Kritik von euch Wenn ihr da irgendwas habt Damit wir uns natürlich da auch stetig weiter bessern können Und, ähm, falls ihr nicht dort wart Dann schreibt gerne mal in die Kommentare Ob ihr jetzt vielleicht, ja, Bock habt Da beim nächsten Mal mit dabei zu sein Ansonsten freue ich mich natürlich auch über jeden Daumen nach oben Vielen Dank an das Orga-Team einmal für die Folge hier Und natürlich auch für die Organisation des ganzen Events Nochmal an der Stelle Und das gilt natürlich auch für die Leute, die nicht dabei sind Und, was hat die gesagt? Ach, keine Ahnung Ähm, äh, ich wünsche euch allen einen schönen Tag Macht was draus und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Shika sagt du auch Tschüss Shika Ach, das, ach so, okay Tschüss Tschüss Gäste Tschüss Sö gott Tö